Fahrradstadt Göttingen. Jeder braucht seinen passenden Drahtesel. Lara braucht einen passenden Lenker für ihren kurzen Arm. Ein solches Fahrrad bekommt sie nicht im Geschäft. Zum Glück gibt es jemanden, der gerne an Fahrrädern arbeitet. Ich bin selbst Musikwissenschaftler und Musiker, aber manchmal mache ich auch gerne Fahrräder. Das ist ein normaler Lenker. Das ist die erste Idee für eine Lachers Lenker. Ein normaler Lenker kann man mit beiden Händen die Fahrrad kontrollieren. Aber die Special Lenker hier ist für Einzelhandkontroll und auch die andere Seite wegen dem Lachers Lenker. Mit einem kürzen rechten Arm, nur einem Finger und ist so gemacht. Das sind ganz große Bogen hier und der einzige Finger stabil. Dank der fertigen Erfindung fährt sie sicher und steuert auch mit dem rechten Arm. Mit dem Lenker klappt es super, damit kann ich endlich richtig gut fahren. Göttingen ist eine Fahrradstadt. Jeder braucht es, jeder hat es. Mit dem Lenker... draw aktiv Haiti Man im Studio Kenntag bleibt es auch fehlen! Wir kennen uns Daten verstanden! Vielen Dank.